ich soll sich da jetzt hinsetzen komm schon nein 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 das ist ein schritt zu weit ja mir schon ich glaube meinem charakter nicht so wirklich ohne runterzufallen nein 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 dieser die pistolen über oh mein gott man kann sich hier nicht hinsetzen oh ja ich spring drauf das ist nicht so gut geklappt glaube ich irgendwie ach ich bin immer noch in der kamera drin aber jetzt nicht mehr danke dass du mich aufgehoben hast bitteschön also ich weiß nicht was das war aber bis du mich aufgehoben was war ich noch in der kamera drin und hatte diesen gestorbenen bildschirm oh man ey roxa ist das euer ernst weiterlehrer hat er sagt jetzt nicht das ist schon wieder du hast nicht aufgehoben jetzt muss ich gehabt der tisch ist dies die dinger schweben in der luft und brux auch dann gehen wir ans lagerfeuer meinung besser ich komme zurück der tisch ist einfach weg mike der schwebt der sitzt in der lagerfeuer meinung der krebs hat vielleicht eingeparkt da dachte wir brauchen den nicht mehr jetzt macht der aufnahme neu bevor mike rauskriegt oh mein gott alter gut oh man kann mal jemand bike da weg machen wenn ich hier drehe das ist ein bisschen unpassend ich komme nicht mehr klar das tut so weh aber mein bauch ich habe auch schmerzen vom lachen oh mein gott was ist hier los kann es sein dass mike gerade toschi sticks in die luft gejagt hat also wirklich mal gut auge um auge ich habe nur ich habe die laterne umgebrochen welcher somit sagen wir jetzt was gedrückt bleibt stehen ich war dann jetzt mal zu gut ich springe von meinem pferd runter und es rennt direkt richtig schnell weg und ich frage mir so hey pferd warum tust du das aber da war einfach eine schlange das hat wer getan warte mal wenn ich da jetzt reinspringe dann ertrink ich ja ich habe mich ein klein wenig verschätzt hey das ist eine zugschiene oha oha alter das ich glaube du meinst heimisch aber alle wir müssen das irgendwie reinpacken das hier sieht so krass aus und vor allem ist da eine schiene da könnte man eine gute szene mit einem zug einbauen da ist ein zug dabei fällt man drauf hüpft das würdest du nicht überleben das thema hatten wir schon mal was es her her Ach wirklich, in der Story sind wir schon oft. Oha, man kann sich hinsetzen, wie geil. Das war ja die, die aussieht wie aus Herr der Ringe, äh, Herr der Ringe, König der Löwen. Au, 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 au. Bist du tot? Ich hab's überlebt. Nein, ich hab's überlebt. Ich dachte, die haben ne Mission für mich, aber die haben den Typ nur festgenommen. Ich hab den auch erst zu spülen gesehen. Ich hab mir so, na Leute, was habt ihr für mich? Ich hab, he was, hey, komm, komm, komm! Oh, au, 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 au. Das war ein bisschen zu tief. Jetzt nicht. Ich hab schon. Hahaha. Er steigt aus dem Fertig, äh, töte es einfach. was machst du jetzt herr kollege was machst du jetzt ja ich bin ja ich auch das ist kein puma das ist sehr weit sogar und hier kann man sich eigentlich irgendwo hätte das war naja wo die Sauerkraut auch dann heißt es in der Höhle war verfolgen drin aber sie ist noch mal diese eine typen auf erschossen hat diesen einen revolverhelden ich bin ich bin im wasser gelandet auf jeden fall kann also ich bin trotzdem gestorben denkt man kann da unten land und dann sieht man erst auf die spalte weiter die sonne stand ja durch die bäume durch die baumkohle noch mal viel zu pustet doch mein gott war wie du aussiehst voran auf den stein aufklatscht doch mein gott das ist aber eine strafensperre die 1 ich will dass wir greifen jetzt geht dein pferd noch mit raus was macht mein pferd da guck mal der arm von meinem charakter sagt so kevin zieh mich raus schmerzen wenn dein pferd jetzt auf die idee kommt auf mich raus zu scheißen oh mein gott what the fuck warum schwebst du in der luft hey kevin warte warte es wird noch besser warte guck mal haa verdammt ich glaube du kannst zaubern hier vorne oh das ist ein Wasserfall waaaa aua man mein pferd das nennt man absturz nein ich hab kein pferd weg ah scheiße das nennt man morgens morgens let's do this i'm gonna knock you out jesus jesus cut that out woon jesu 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 woon jesu 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 Oha, mein Charakter geht ja richtig ab. Solopfeifen. Solopfeifen. Das scheint echt Spaß zu machen. Ich glaube, das Pfeifen unterscheidet sich auch je, was für eine Stimme man hat. Ist tatsächlich so. Ich weiß gar nicht, was du meinst, ich hab doch nichts getan. Ich dachte, ich hätte so einen Ring an der Hand. Und dann so BAM! Ich war nicht der erste Mal auf mich jetzt. Seh ich aus wie einer der Nutten. Ich hab mir den Schlag irgendwie toller vorgestellt. Ah, ich fall um. Mal sehen. Ah ja, also das Lade-Dings hängt nicht. Oh, jetzt hängt es allgemein nicht mehr. Ich hab das Lade-Dings hängt nicht mehr. Und dann wird das Lade-Dings hängt. Ich hab das Lade-Dings hängt nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020